SWR 3, die Tier-Docs. Was hat er dann? Mit Dr. Hart. Ein Arzt der Leidenschaft. Und Dr. Zart. Nicht so fest. So, was haben wir dann? Es ist ein Kater. Ah, und was hat er dann? Oh Gott, bitte nicht so laut. Er sorgt für Kopfschmerzen und Übelkeit. Heute Morgen war er auf einmal da. Lassen Sie mich raten. Sie haben sich gestern ordentlich in einer Hochkant in den Karton gequaggert und ein paar Gimlis hinter den Bergfried geschmiedelt. Ja. Also, mir hilft ja immer ein deftisches Essen. Flechschnipp zum Beispiel. Oder aber auch Flechschnipp. Sie können natürlich auch, wenn Sie ganz verrückt sind, mal ein paar Flechschnipp neitun. Naja, also, sorry, aber dafür ist mir einfach zu schlecht. Das erinnert mich jetzt wieder an eine Szene aus dem Star Wars Film. Hä? Look, ich bin dein Kater. Sehr witzig. Ja, du, Brummschädel, Mietz. Machen wir laut. Machen wir leise. Aha. Das ist aber ein großer Kater. Was haben Sie denn gestern getrunken? Ach, alles Mögliche. Wein, Bier, Cocktails. Ach Gott, und Schnäpse gab es ja auch noch. Und als ich heute Morgen aufgebracht bin, haben wir auch mein ganzes Geld weg. Dafür gibt es nur zwei Erklärungen. Nämlich? Entweder haben Sie das ganze Geld wirklich verschaffen, oder? Die waren gestern schon mal da. Bald wieder. Was hat er drin? Was hat er drin? He, he. Richtig. Vielen Dank.